Hey Freunde, ich bin hier ein Noob, oh nein, wir spielen heute Roblox und zwar den Saber Simulator. Wir haben hier coole Lichtschwerter und müssen damit rumschlagen und rumschwingen. Oh, der sieht ja cool aus, der ist so ein Hundekopf. Und dann sammeln wir ganz viel Stärke und diese Stärke können wir dann verkaufen, Freunde. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wo können wir die verkaufen? Da vorne, da müssen wir hinlaufen. Und dann bekommen wir ganz viele Münzen. Schaut, zack. Und wir bekommen richtig viele coole Münzen und damit können wir neue Sachen kaufen. So, okay. Oh, da hat uns jemand getroffen. Kann ich den töten? Nein, die sind alle zu stark. Okay, kann man hier Sachen kaufen? So, ich kaufe mir jetzt hier ein neues Lichtschwert. Und je mehr man kauft, desto stärker wird man. Oh nein, jetzt muss man hier aber mehr mit Robux kaufen. Jetzt bekommen wir schon 16 Stärke pro Schwung. Und wenn wir hier draußen rumlaufen, Leute, bekommen wir, schaut mal, Münzen. Und wir bekommen noch hier diese komischen Dreiecksdinger. Und mit diesen Dreiecksdingern können wir auch etwas Besonderes kaufen, nämlich Pets. Ein schönes Haustierchen. So, wir brauchen aber 100 Stück davon. So. Hier laufen... Oh, noch eins. Hier sind ganz viele. Oh, hier steht sogar, wer als erster ist. Leute, schaffen wir es auch nach oben? Wir müssen es auch schaffen, Freunde. So, ganz schnell jetzt hier mehr sammeln. Wir müssen noch viel, viel mehr sammeln, Freunde. Und hier kann man Pets kaufen, schaut. Für 100 dieser Dinger kann man sich hier einen kaufen. Oh, wie cool wäre es, wenn ich den hier bekomme. Den bekommt man nur zu 0,4%. Was kann man hier kaufen? Für Kronen, aber ich weiß nicht, wie man Kronen bekommt. Kann man sich auch was kaufen. Und für 500 Kronen kann man sich hier das hier holen. Alter, ich will hier ein Pad haben. Wie cool. Okay, dann sammeln wir erstmal 100 dieser Dreiecksdinger. Dann schaffen wir es auf jeden Fall. So, und wieder erstmal alles verkaufen. Dann laufen wir jetzt hier zum Un-Daily-Reward. Und was bekommen wir? Was haben wir bekommen? So, jetzt kaufen wir erstmal hier. Was bekommen wir denn hier bei der DNA 20k Max? Ne, das brauchen wir nicht. Wir brauchen noch bessere Lichtschwerter. Und was ist das? Ah, das sind wir. Und was braucht man dafür? 2 Millionen. Ui, ui, ui. Habe ich leider noch nicht. Na gut. Oh, jetzt haben wir schon ein weißes Lichtschwert. Richtig cool, Leute. Wir müssen jetzt hier immer so weitermachen. Wir sammeln jetzt auch diese komischen orangenen Hütchen. So, die sehen aus wie diese Verkehrshütchen. So, jetzt müssen wir einfach immer weiter schwingen. Und immer, immer weiter schwingen. Bald haben wir auch schon 100. Da können wir uns das erste Tierchen holen. Oh, ich bin so aufgeregt zu sehen, was wir für ein Tierchen bekommen. So, oh, hier sind richtig viele. So, gleich haben wir 100. Noch 12 Stück. Schnell, die müssen doch hier irgendwo sein. Oh, hier sind ganz viele. So, zack. Bis jetzt haben wir echt Glück gehabt. Und keiner der anderen Spieler besiegt uns hier. Wir haben da richtig Glück. So. Zack. Noch 7 Stück, Leute. Noch 7 Stück. Oh, super. Okay, noch 5. Oh, hier sind auch 5. Super, die haben wir jetzt alle voll. Zack. Und eine noch. Und die beiden sammeln wir auch noch ein. Super. Jetzt können wir uns das erste Tierchen kaufen. Los. Ich will ein Tierchen haben. Oh, ich bin so aufgeregt. Und? Wir bekommen... Ein... Ein... Was bekommen wir? Ein Vampir? Was be... Oh, wir haben das hier bekommen, was jeder bekommt. Aber was bringt der Vampir? Oh, wir bekommen jetzt noch mehr Sachen hier. Und Kronen. Wo gibt es denn Kronen? Wie kann man denn Kronen bekommen? So, erstmal verkaufen wir auch unsere Stärke wieder. Und dann kaufen wir uns jetzt hier im Shop die nächsten Sachen. So. Und schaut mal, Leute. Ich habe einen Vampir, der mich verfolgt. Wie cool ist das denn bitte hier? So. Und das kostet 2 Millionen. Das können wir uns auf gar keinen Fall leisten. So, wir holen uns noch mehr Lichtschwerter. Oh, leider haben wir nicht noch mehr. Oh, jo, jo. Jetzt haben wir schon ein Grünes, Leute. Wie cool. So. Was kann man sich denn hier Schönes kaufen für Robots? Äh, Kronen. Oh, ich würde richtig gerne Kronen kaufen. Boosts. Boosts sind auch richtig cool. Und sowas hier. Aber am schlauesten wäre es, glaube ich, hier sowas zu kaufen, oder? 63. Oh, das ist viel zu wenig. Das lohnt sich ja gar nicht. Oh, da hat uns jetzt jemand besiegt. Der Kronenshop. Da bekommt man die also. Aber bitte nicht für echtes Geld, oder? Auras. VIP. Oh, VIP ist ja cool. Ja, VIP hole ich mir. Super, Leute. Jetzt haben wir VIP gekauft. Und was bringt das jetzt? Bekommen wir jetzt mehr? Wir bekommen jetzt noch mehr, Leute. Aber wieso habe ich kein VIP im Namen? Normalerweise müsste man VIP im Namen haben. Wir sammeln aber erstmal hier fleißig weiter, Freunde. Weiter, weiter sammeln. Yeah. Wir haben jetzt auch ein richtig cooles Feuerlaserschwert. Sieht das nicht cool aus, Leute? Boom. Bam. Oh, yeah. Richtig cool. So, und jetzt verkaufen wir... Oh, da hat sich jemand besiegt. Was soll denn das? Hör auf, uns zu besiegen. So. Zack. Oh, wenn man Pech hat, dann besiegen einen die ganze Zeit die anderen Leute. Und wir können auch erstmal wieder 100 Hütchen sammeln. Vielleicht bekommen wir ja ein richtig cooles Pet. So, und boom. So. So, Leute, wir bekommen hier so viel Geld und so viel Power. Noch mehr. Wir brauchen noch viel, viel mehr. Ich will auch ein paar Kronen sammeln. Aber wie kann man die denn sammeln? So, und wow. Wir haben jetzt schon so viel Gold. Alter, wir haben schon 100.000. Okay. Okay, dann würde ich sagen, kaufen wir uns jetzt erstmal die nächste DNA. So. Die und die. Und jetzt holen wir uns erstmal wieder neue Schwerter. So. Und das Schwert. Und jetzt das. Und jetzt haben wir schon alles voll. Wow, jetzt haben wir... Was haben wir denn hier für ein Schwert? Das sieht ja cool aus, Leute. Boom, boom. Richtig cool, Leute. So, und jetzt schwingen wir damit wieder ein bisschen rum. Oh, yeah, Leute. Und schaut mal. Über meinen Namen steht jetzt auch endlich VIP. Richtig cool. Oh, können wir die wegschnetzeln? Oh, wir haben einen weggeschnetzelt, Freunde. Schaut mal. Die wurde weggeschnetzelt. Oh, yeah. Wir sind richtig gut dabei, Leute. Wir haben jetzt schon eine richtig starke Ausrüstung. So. Und wir sind voll. Und wir gehen alles verkaufen. So. Und jetzt können wir uns wieder neue Sachen kaufen. So. Wir holen uns erstmal ein neues Schwert. So. Und zwar das hier. Und das können wir uns... Nein, das können wir uns leider nicht mehr holen. Aber wir können uns das hier holen. Oh, wir können uns hier richtig viel kaufen, Leute. So, wir sind jetzt schon richtig weit. Wir können jetzt schon 400.000. Alter. Wir sind schon richtig weit, Leute. Guck mal, was wir jetzt haben. Wir haben so ein Konfetti-Schwert. Da kommt Konfetti raus. Alter. Und jetzt sammeln wir auch erstmal wieder ein paar Hütchen. So. Richtig cool, Leute. Wir sind schon richtig gut dabei. Was ist das? Ist das hier eine Safe Zone? Oh, mein Gott. Wow. Das ist ja so ein Trampolin-Ding. Hallo, Vampir. Komm. Komm mit mir mit. Let's go. So. So. Uh, der ist Berserker. Boah, sieht der cool aus. So. Und alles verkaufen. 62 Millionen. Das ist ja richtig viel. So. Wir holen uns jetzt erstmal wieder neue Lichtschwerter, Leute. So. Und bei All. Jetzt sind wir direkt wieder beim nächsten. Boah, wir sind jetzt bei Void. So. Und wie sieht das aus? Oh, nee. Wir sind noch nicht bei Void. Aber kurz davor. Warte, Moment mal. Haben wir überhaupt gekauft? Buy All. Oh, das kostet 105 Millionen. Okay, das ist viel zu teuer, Leute. Da müssen wir noch ein bisschen mehr sammeln gehen. So. Wie viel haben wir, wenn wir jetzt verkaufen? Okay, das geht aber relativ zack, zack. Das geht zacki, zacki, Leute. Gleich haben wir 150 Millionen. So. So. Passt auf, Leute. Wir verkaufen jetzt nochmal. Und holen uns erstmal dieses Void-Schwert. Ich will unbedingt das Void-Schwert nochmal sehen. Das war nämlich schwarz. Und schwarz ist einer meiner Lieblingsfarben. Deswegen habe ich jetzt auch diesen coolen Skin hier. Und ich bin total gespannt, wie das dann aussehen wird. So. 105 Millionen. Das sollte jetzt ausreichen. 107. Auf jeden Fall reicht das jetzt. So. Jetzt schauen wir mal. Können wir uns das jetzt kaufen? Yes. Jetzt haben wir das Void-Schwert. Oh. Schaut mal, Leute. Da kommen so Elektro-Schläge raus. Alter. So Blitze. Richtig cool, Leute. Wir haben jetzt ein richtig cooles Schwert. Wir sind schon richtig stark geworden in dieser Aufnahme. So. Und schaut mal. Wir bekommen auch richtig viele Punkte. Oh. Der hat mich gewone-hitted. Wie stark ist der denn bitte gewesen? Obwohl ich mein Void-Schwert hier habe. Alter Falter. Manche Leute sind hier richtig stark. Aber wir gehen jetzt hier erstmal alles verkaufen. So. Wir müssen nämlich eine Sache jetzt sammeln. Wir brauchen nämlich 150 Millionen diesmal. Und damit kaufen wir uns die nächste Klasse. So. Oh. Kann man die besiegen? Nee. Die ist stärker als wir. Wir laufen bloß weg. Oh. Den können wir besiegen, Leute. Nein. Der ist viel stärker als wir. Ich dachte, den können wir wegschnetzeln. Aber konnten wir nicht. Mann. So. Okay. Wir sammeln und sammeln und sammeln. Hier muss man echt nur sammeln, Freunde. Wir könnten jetzt noch wieder verkaufen gehen. Wir haben jetzt nämlich genug. Definitiv. Genug. Um die nächste Klasse zu holen. Richtig cool, Leute. Die nächste Klasse will ich unbedingt haben. So. So. Jetzt können wir uns zum Warrior machen, Leute. Oder? 150 Millionen brauchen wir dafür. Wow. Was ist denn? Wow. Wo bin ich denn? Oh. Den können wir wegschnetzeln. Und? Die können wir alle wegschnetzeln. Komm her. Und mit meinem Laserschwert kann ich dich wegschnetzeln. Na los. Und den schnetzeln wir auch weg. Den haben wir schon ein paar Mal weggeschnetzelt. Okay. Ist ja auch egal. Wir gehen jetzt erstmal hier alles. Oh. Der ist Paladin. So. Und wir haben jetzt genug, um uns die nächste Klasse zu kaufen. Und dich schnetzel ich weg. Und? Los. Wegschnetzeln. Wieso klappt das nicht? So. Und? Die nächste Klasse, Leute. Soldat sind wir jetzt. Und? Boom. Jetzt steht da Soldat dran. Alter. Richtig cool, Leute. Okay. Jetzt sind wir Soldat, Leute. Das ist richtig cool als Soldat. Wir bekommen nämlich jetzt viel, viel mehr. Wir sind schon richtig stark. So. Und noch drei Stück. Da sind die auch schon. Und wir können uns jetzt das nächste Tierchen kaufen. Wenn das jetzt wieder ein Vampir wird, dann flippe ich aus. Ich möchte jetzt mal ein anderes Tierchen haben. Kein Vampir. Bitte kein Vampir. So. Und? Wir bekommen... Wieder ein Vampir. Ich flippe aus, Leute. Wir bekommen ja nicht mal das hier. Wir bekommen immer dasselbe. Was bekommt man hier? Hier bekommt man ganz andere Tiere. Alter. Manche Leute haben echt Glück und haben richtig seltene Tiere bekommen. Aber ich bekomme die ganze Zeit nur dasselbe. So. Einmal leveln wir noch unsere Lichtschwerte auf. Super. Jetzt schon 10 Millionen bekommen. Das geht immer schneller, Freunde. Der hat ja einen coolen Frankenstein. Den würde ich gerne haben. So. Die Sabre aufleveln. Und das hier natürlich aufleveln. Und... Was haben wir jetzt für ein Schwert? Wow. Das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Nice. Richtig cool. So, Freunde. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr dem Video ein Like geben könntet, den Kanal hier abonniert. Und wenn ihr mehr Roblox sehen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video, Freunde. Tschüssi. 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 Tschüssi.